folgt mir auf snapchat wer das nicht kennt das ist so eine app blabliblub so eine scheiße ohne spaß leute jeder kennt snapchat jeder und wer es nicht kennt der soll sich begraben gehen irgendwo so leute ganz ehrlich ich gucke so auf youtube und ja ich habe ja schon so einige youtuber auf jeden fall abonniert eine ganze ganze menge und ja jetzt gibt es ja snapchat oh mein gott das ist eine revolution oh mein gott das ist so neu das gab schon vor 1000 jahren ohne spaß jeder youtuber jeder einzelne youtuber sagt jetzt folgt mir auf snapchat wer das nicht kennt das ist so eine app blabliblub so eine scheiße ohne spaß leute ohne spaß snapchat ist sowas von überhaupt gar nicht neu jeder youtuber sagt jetzt folgt mir auf snapchat ich weiß nicht was dieser trend jetzt auf einmal hier zu suchen hat auf youtube snapchat ist jetzt nicht so eine geile app dass man sagen muss bohr geil dem muss ich jetzt auf snapchat folgen es ist auch keine neue app wie kommt dieser hype auf einmal zustande ich frage mich ja sowieso bei einigen challenges oder bei einigen trends und auch immer mal so what the fuck was ist da denn falsch aber snapchat das gibt es eine ewigkeit schon jeder kennt es eigentlich jeder kennt es und egal Welcher youtuber wenn ich jetzt hier so mal auf meine liste guckt überall ist snapchat überall es sind so viele youtuber die das jetzt machen es ist wahnsinn leute sagt mir mal eure meinung dazu ohne spaß mir geht dieser trend weil ja snapchat so neu und innovativ ist geht es geht mir so auf den sack ohne spaß dieser trend ne leute schreibt mir in die kommentare was ihr zu dem neuen trend sagt also ich finde ihn absolut scheiße jedenfalls aus dem grund einfach dass alle sagen snapchat neu nein es ist nicht neu und dieses wer es nicht kennt Oh mein gott ohne spaß Oh mein gott ohne spaß Oh mein gott ohne spaß Fähigkeiten da das ist doch Keine neuerung man So leute schreibt auf jeden fall in die kommentare was ihr dazu sagt und lassen daumen nach oben da wenn ich das video gefallen hat und natürlich könnte ich hier kostenlos abonnieren damit ihr nichts mehr verpasst und freut auf neue videos Okay, ciao leute Okay